Ihr ProfiCast für Microsoft-Produkte Klein, aber oho. Das Zeichenprogramm Paint kann mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Was genau, zeigt dieser Film. Beginnen Sie Ihre ersten Zeichenübungen mit den einfachen Zeichenwerkzeugen. Stellen Sie hier die Vordergrund- und die Hintergrundfarbe ein. Die Hintergrundfarbe mit der rechten Maustaste, die Vordergrund mit der linken Maustaste. Jetzt kann ich zum Beispiel hier den freien Stift wählen und zeichnen. Ich kann hier Linien und Rechtecke und Polygone zeichnen. Und ich kann natürlich auch geometrische Figuren zeichnen, wie zum Beispiel Kreise und Ellipsen. Hier gibt es eine Besonderheit. Wenn Sie die Umschalttaste drücken, wird aus dem Rechteck ein Quadrat und aus der Ellipse wird ein echter Kreis. Die Strichstärke können Sie hier einstellen und mit der neuen Strichstärke erstellen Sie ab sofort die nächsten Zeichnungen. Das sind die einfachen Werkzeuge. Der Bogen wird dreimal angesetzt. Einmal für die Linie, einmal für die erste Krümmung und einmal für die zweite Krümmung. Schalten Sie die Vordergrundfarbe um, zeichnen Sie ab sofort mit der Vordergrundfarbe weiter. Und so können Sie hier mit den einfachen Werkzeugen zeichnen. Mit der Füllkanne füllen Sie geschlossene Flächen mit der Vordergrundfarbe. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Fläche, füllen Sie die Hintergrundfarbe. Vordergrund und Hintergrund. Nun können Sie Ihr Kunstwerk schon speichern. Klicken Sie auf Datei und wählen Sie Speichern unter, um die Datei zu speichern. Die Datei wird standardmäßig im Bilderordner abgespeichert. Der Dateityp ist JPEG, das Standardformat für Foto- und Grafikdateien. Hier sehen Sie auch andere Dateiformate. Das GIF-Format, das etwas kleinere Grafikformat, das nur 256 Farben zulässt. Oder das TIFF-Format oder das PNG-Format. Hier das ältere Paint-Format, BMP. Das Bitmap-Format, das relativ speicherintensiv ist und sehr große Dateien erzeugt. Ich klicke also hier in den Dateinamen, schreibe meinen Dateinamen und speichere mit Klick auf Speichern. Mit dem Radiergummi-Werkzeug löschen Sie Elemente wieder, stellen Sie hier die Größe des Radiergummis ein und achten Sie darauf, dass der Radiergummi mit der Hintergrundfarbe radiert. Wenn Sie also hier radieren, tragen Sie die Hintergrundfarbe aus. Hier haben Sie noch eine Lupe zum Vergrößern der Zeichnung. Linke Maustaste vergrößert, rechte Maustaste verkleinert die Zeichnung. Das ist hier die Farbauswahl. Wenn Sie eine Farbe aus einem bestimmten Element haben wollen, klicken Sie auf die Farbauswahl, holen Sie diese Farbe als Vordergrundfarbe in Ihre Farbpalette. Und das war es auch schon zum Zeichnen. Mehr kann das Programm nicht, aber diese Zeichenwerkzeuge sind für die einfachen Dinge bestens geeignet. Lernen Sie jetzt die Auswahlwerkzeuge kennen. Diese Auswahlwerkzeuge brauchen Sie, um Teile der Zeichnung zu verändern. Ich drücke hier STRG A und entferne die gesamte Zeichnung und zeige Ihnen einmal an einzelnen Objekten, wie die Auswahlwerkzeuge funktionieren. Das hier ist ein Rechteck und das ist ein Kreis. Ich schalte hier auf dieses Auswahlwerkzeug, markiere das erste Element und kann jetzt diese Markierung auf dem Bildschirm verschieben. Drücke ich die STRG A und Taste dabei, erhalte ich eine Kopie davon und so kann ich hier mit Markierungen arbeiten und die unterschiedlichsten Farbzuweisungen machen. Dieses Markierungswerkzeug hier gibt mir die Möglichkeit, freie Markierungen zu setzen. Ich ziehe die Markierung einfach über die Objekte, die ich haben möchte. Dann gibt es noch ein Schriftwerkzeug. Das sollten Sie aber mit Vorsicht einsetzen. Denken Sie an die 72 Punkte. Diese Schrift wird relativ grob gepixelt werden. Hier schalte ich über diese Symbolleiste die Schriftart ein, zum Beispiel die Trebuchet in der Schriftgröße 16 Punkt, fett gedruckt und kursiv und dann kann ich hier meine Texte schreiben. Auch dieser Text wird mit der Vordergrundfarbe geschrieben. Ich kann diese Texte markieren, vergrößern, verkleinern. Und erst dann, wenn ich außerhalb klicke oder ein anderes Werkzeug wähle, ist dieser Text als Grafik gesetzt und ich kann diesen Text nur noch als grafisches Element hier bearbeiten. Einen großen Nutzen bietet mir Pint allerdings bei der Bearbeitung von Screenshots. Wie wird ein Screenshot erstellt? Sie können Screenshots, das heißt Bildschirmabbildungen, von jedem Teil des Bildschirms machen, indem Sie die Drucktaste drücken oder die Alt-Drucktaste. Ich demonstriere das mal. Steuerung A und Entfernen. Und jetzt hole ich mir einen Screenshot. Nehmen wir an, Sie möchten einen Teil eines Programmfensters fotografieren. Dann markieren Sie hier das Programmfenster und drücken die Drucktaste. Damit ist der Screenshot in der Zwischenablage und diesen Screenshot hole ich über Bearbeiten, Einfügen einfach in meine Oberfläche von Paint. Ich schneide den Teil aus und kann diesen Teil gleich mit der rechten Maustaste als Grafik wegspeichern, kopieren nach. Hier habe ich die Bilder und hier kann ich sagen, das ist hier mein Editor 1 und schon habe ich meine Grafik erstellt. Nochmal ein Screenshot. Das ist hier ein weiterer Dialog. Ich drücke Alt und die Drucktaste. Moment, hier muss ich Alt B drücken. Dann das Ganze einstellen. Alt und die Drucktaste. Und jetzt habe ich nur das aktive Fenster auf dem Bildschirm und kann dieses aktive Fenster aus der Zwischenablage holen. Nochmal ein Test mit dem Internet Explorer. Holen Sie einfach die Informationen, die Sie auf dem Bildschirm bekommen, mit Alt Drucktaste in die Zwischenablage und holen Sie mit STRG V oder Bearbeiten einfügen den Inhalt wieder zurück nach Paint. Und damit können Sie diesen Inhalt weiter bearbeiten. Paint eignet sich hier hervorragend, denn die Auflösung von Paint entspricht ja mit 1200 Pixeln in der Breite den Auflösungen der meisten Monitore. Wenn Sie vorhaben sehr viel mit Paint zu zeichnen und zu malen, dann sollten Sie sich am besten das Bamboo Zeichentablett zulegen. Mit diesem Zeichentablett kann ich wesentlich exakter zeichnen und positionieren und hier die Stiftführung über dieses Zeichentablett machen. Mit diesem Zeichentablett